Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von The Able Within. Ja, wir haben es geschafft, wir dürfen wieder mal im Safe-Räumchen hier speichern. Kapitel 6 sind wir jetzt, ne? Das ist ganz schön muh. Also, aber ich glaube, das wird sowieso nicht mehr besser, ne? Ne? Ich glaube, das wird so und so nicht mehr besser. So, ich versuche hier gleich mal zu laden. Wir nehmen hier, ja, das Scharfschützengewehrl. So, einmal für uns. Jawohl, das wissen wir schon. Ich hätte jetzt eigentlich speichern sollen. Ich glaube, ich hätte jetzt speichern sollen. Ähm, vielleicht kann ich nochmal ganz schnell, das wäre mir ganz lieb. Ähm, ich möchte auch obendrein einmal Spritze verwenden. So. Und wenn's geht, ganz schnell. Sehr gut, ich hab nochmal Glück, ich wollte es nämlich ganz schnell speichern. Dass ich die, äh, Waffe hab. Na, äh. Haben Sie etwas vergessen? Ja. Dankeschön. Passt. Mehr wurde nicht. So, und dann, in Gottes Namen. Puh. Versuchen wir uns hier durchzukämpfen, ne? So. Es soll hier alles voll. Es könnte voll mit denen sein. Es ist, es nicht nur könnte, es ist auch so. Super. Ja. Das war's mit den Speichern. Ich hätte das vielleicht anders machen müssen. Dreh die um. Ich muss kurz warten. Ich hoffe, es sieht uns nicht. Was? Hat der eine Armbrust? Ich fang's eins bald klauen, Mann. Alter, du Kribbel. Verrecke. Was? Den haben wir auch schon mal. Das Gemeine ist jetzt, dass der Safe-Raum kaputt ist. Was ist die denn eigentlich verbrennend? Oh! Ich hab jetzt gleich ein Streichholz verbraten. Oh! Wovon wo? Warum? Ah, der da oben. Der hat mich gesehen. Ich hab den vergessen. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Das wird noch dauern. Das dauert. Lang, lang, lang. Sehr lang. Geh weg. Lange, lange, sehr lange wird das dauern. Falsch. Nicht könnte. Es ist voll mit den Viechern. Alter. Jo, ne? Ach, da kommt er schon. Na! Doch nicht wegen der Stiege. Doch nicht wegen der Stiege. Hau drauf. Na! Mein Partner ist für nix. Au. Mein Partner ist für nix. Das kann man nicht anders sagen. Könntest du vielleicht mal helfen? Ich glaub, die sind runtergefallen. Aha! Wie cool ist das denn? Ich glaub, die sind runtergefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Das ist scheiße andererseits, weil wir die Sachen nicht kriegen, wenn sie was gelootet hätten, also getroppt hätten. Aber ansonsten ist das echt cool. Idiot! Ähm... Ähm... Ja. Hm. Aber diese fallen da die Magie überhaupt nicht. Ähm... Ähm... Unser Kumpel ist dämlich. Oder auch nicht. Hey, das hast du fein gemacht. Muss man echt sagen. So. So. Wollen wir nochmal zum Glück. Ja! Ah, da haben wir auch was. Okay. Ich sollte vor allem mal nachladen, ne? Boah, bin ich angespannt. So. Also, lade, lade. Dann. Du vielleicht. Du bist voll. Die ist auch voll. Die ist auch voll. Das ist auch voll. Wie toll. Das ist voll. Schön. Schön. Ich hab keine Ahnung, wofür die sind. Aha, die gehen sowieso nicht. Mhm. Okay. Die gehen nicht da. Ja, warum? Warum sollte auch. Da geht's auch nicht rein. Da könnte man mal ein bisschen normal laufen. Das hauen wir zusammen. Sehr gut. Sehr gut. So. Safe wäre... Also speichern wäre super. Ich probiere es einfach mal, oder? Ich laufe einfach mal zurück. Nein! Passiert das immer dann, wenn sie uns bemerken, oder? Weil dann versuche ich nochmal was. Oder ist es einfach generell per Zeit? Dass ich nicht immer speichern darf. Weil der da oben, der geht mir schon gewaltig auf den Keks. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Mann. Zwei verschossen. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Wenn er sich ein bisschen mehr umdrehen würde. Ja. Jawoll. So, das zum Ausschauen und nochmal. Geht schon. Jawoll. So muss das ausschauen. Du Saubär. Hahaha. Wie schön. Der verschimmelt jetzt eh gleich, oder? Komm, verschimmel. Gib mir dein Item. Vielleicht hat er gar keins. Vielleicht ist er arm und er hat keins. So, nachladen, falls das möglich ist. Da geht noch nix. Da geht noch nix. Da brauchen wir nix. Gut, da geht, ne? Da geht da. Na, da geht nix. Komm. Gib mir dein Item. Ich will den nicht verheizen. Hat der nix für uns. Arschkind. So. Ja. Hey, wilder rauf. Horuck. Horuck. Rauf. Es wäre jetzt cool, wenn es einen neuen Spiegel geben würde. Eine Axt. Die ist super. Wo ist unser Kumpel eigentlich? Da haben wir was. Das wäre halt richtig cool. Hö, hö, hö. Ähm. Okay. Okay. Ähm. Ich würde sagen, der da. Und. Und. Burn, baby. Burn. Ja. So. Das zu dem. Boah. Nicht eufallen. Hey. Das ist nicht Dings. Doch. Fall runter. Schau mal. Boah. Cool. Tausend. Coole Schuhe. So. Jawohl. Das hätten wir schon mal. Da unten ist niemand. Ich habe das Gefühl, wenn diese Tore aufgehen, wird es hässlich. Mich beschleicht das so ein Gefühl. Das war knapp. Boah. Ich würde es so gern speichern. Boah. Aha. Jetzt sind die, glaube ich, unten rein bei der Tür. Alter. Wir haben keine Granaten mehr. Die habe ich ja alle verpulvert. Ne? Ich kann ja wirklich nur maximal mit dem da, ne? Ach, du Heilige. Ich habe mich gerade verdrückt. Entschuldigung. Ach, mein kleiner Finger, der macht schon wieder. Der beschwert sich schon wieder. Geh in Deckung. Sie schießen von oben. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Sie schießen von oben. Da oben. Von der Kirche. Ist das so gemeint? Das heißt, Scharfschütze. Da oben. Der da? Das ist nur eine Statue, oder? Der da macht mich auch voll nervös. Sie schießen von oben, hat er gesagt. Ja, jetzt ist die Frage. Wie machen wir das? Puh. Wie stellen wir das jetzt an? Kann ich hier drüber? Nö. Von der Seite hier scheint es nicht zu gehen. Aha. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Passt, der ist game over. Aha. Da drüben sind welche. Äh, wo sind sie hin? Da hätte ich eine tolle Fackel gehabt. Ähm. Oh. So. Okay. Okay. Da drüben ist einer. Warte. Scharfschütze. Na. Wohl. Habe ich noch was? Mist. Munition, alle. Das ist natürlich schlecht. Das ist sehr schlecht. Das weiß ich auch, wie ich dieses Ding gebraucht... Das ist... Äh, die Dinger gebraucht hätte. Hm. Okay. Was? Hallo? Na? Wie geht's? Ja, der hat gesessen. Komm nur rauf. Und jetzt. Also brennt er nicht mit? Bist du okay? Ja. Geht schon. Aha. Der ist auch leer. Ja, Gott sei Dank. Super. Ähm. Der war schön, der Schuss. Der war schön. Ah, jetzt bin ich verreckt. Ach so, ich bin aufgespießt worden. Okay. Hm. Hm. Okay. Scharfschütze muss ich aufbewahren. Also die Munition, ne? Die darf ich nur verwenden für die da oben zuerst einmal, dass die mal weg sind. Alles andere ist ja uninteressant. Bitte, wo spawne ich denn? Bitte, wo spawne ich denn? Ja, das ist natürlich eine fesche Stelle, ne? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich hätte auch gern so eine Axt. So. ich bin ganz voll konzentriert, ich soll eigentlich aufhören mach mal Schluss, ich mach mal ein Pausenmenü boah ey, was finde mir fällt die Worte ok, in dem Kapitel werde ich noch sehr lange bleiben befürchte ich tut mir schon sehr leid für euch, wirklich ja, aber wir werden das Kind schon schaukeln irgendwie und irgendwann ihr Lieben das war's dann wieder für heute ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend je nachdem, weil ihr dieses Desaster seht und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi